Auch wenn das Jahr gerade erst begonnen hat und quasi noch keine 3, 4 richtigen Filme alt ist, scheue ich mich nicht davor, schon verdammt gute Filme und so viel sei schon mal gesagt hier vorzustellen. Denn jetzt gibt es eine Review zu einem guten Film, nämlich zu La La Land. Den habe ich nämlich gesehen und Benni ist auch dabei. Der feiert sein großes Comeback auch hier auf meinem privaten, persönlichen Filmkanal. Ich rede nicht so viel, wir fangen jetzt an mit der Review. Los geht's! Damien Chazelles letzter Film Whiplash war 2015 mein absoluter Lieblingsfilm. Dementsprechend hoch war die Erwartungshaltung an La La Land sein neuestes Werk und ich erzähle euch mal, wie ich den Film fand. Am Anfang möchte ich damit beginnen mit den kleinen negativen Aspekten denn ich finde, dass der Film so leichte Startschwierigkeiten hat. Am Anfang ist er vielleicht etwas länger, er braucht ein bisschen länger, um sich zu etablieren, um die Charaktere vorzustellen und dann nimmt er aber zur Mitte richtig Fahrt auf. Es wird viel gelacht, es wurde auch im Kino viel gelacht und man merkt hier schon, dass Damien Chazelle einfach so viel Leidenschaft in diesen Film reingesteckt hat. Und das ist auch eine Sache, wo ich persönlich festmache, dass wir uns hier in einem Damien Chazelle Film befinden. Es ist einfach ein Film, der die Liebe zum audiovisuellen Medium übermittelt. Es ist einfach diese Kombination von Musik und Film und das ist dieses Musical auch. Es ist einfach wieder, was Damien Chazelle in seinen vorherigen Filmen auch schon eingebaut hat, dieses jazzige, dieses bluesige, dieses wehmütige, dieses vielleicht auch melancholische. Das aber dann auf die Leinwand zu projizieren und dann mit wundervollen Darstellern, Emma Stone und Ryan Gosling, zu denen ich noch nachher mehr sagen werde, das mit denen dann zu inszenieren und darzustellen. Das, was ihr jetzt hier von mir hört, sind keine direkten, Gedanken nach dem Kinogang, sondern eher völlig ausformulierte und gut durchdachte Argumentationen, die nach einem zweiten Kinogang eines Filmes entstanden sind, den ich schon nach dem ersten Mal grandios fand. Denn ich hatte die unglaubliche Möglichkeit, La La Land schon Ende 2016 zu sehen und davor noch einmal zu sehen. Also ich habe ihn, wie gesagt, schon zweimal gesehen. Und die Tatsache, dass ich ihn mir ein zweites Mal angeguckt habe, lässt schon über das letztliche Fazit urteilen, so viel kann ich schon mal sagen. Und ich habe jetzt auch noch kein großes Geheimnis draus gemacht, dass mir der Film gefallen hat. So, jetzt gilt es nur, drüber zu reden, warum hat mir der Film gefallen. Zu allererst einmal muss man natürlich erwähnen, dass Regie geführt hat Damien Chazelle, der Mann von Whiplash. Das haben jetzt mittlerweile alle schon hundertmal gehört und alle haben es auch schon hundertmal gesagt. Whiplash war ein grandioser Film, den mochte ich extrem. Aber, und das ist die gute Nachricht, La La Land fand ich persönlich noch ein bisschen besser. Und warum war das so? Da kann man schon mal sagen, dass es Damien Chazelle irgendwie gelungen ist, ein Stück weit, aber auch wirklich nur ein Stück weit und in groben Versatzstücken dieselbe Geschichte in zwei Filmen zu erzählen, aber einfach auf eine völlig andere Art, mit einer ganz anderen Attitüde und mit letztlich auch einer ganz anderen Auflösung des Ganzen. So, dazu kommt, dass der visuelle Stil von Chazelle sich konsequent weiterentwickelt hat. Wir haben zum Anfang des Films, das wird wahrscheinlich jeder, der Whiplash öfter als zweimal gesehen hat, wird sich an diese kurzen Montagen, Schnittmontagen, fast schon so Subliminal-Bild-Montagen erinnern, wie das Popcorn dann zusammenkommt. Und genau das gibt es in La La Land vor allem zu Anfang auf jeden Fall zweimal. Weiterhin habe ich dann nicht mehr so ganz drauf geachtet. Was man allerdings noch dazu sagen kann, ist, dass eben diese Weiterentwicklung dadurch entsteht, dass Chazelle noch viel mehr als in Whiplash seine Kameraarbeit und sein Editing und seine ganze Regie darauf auslegt, so eine Symbiose zu kreieren aus ganz weiten Shots, die dir alles zeigen, die dir die komplette Vielfalt des ganzen Sets zeigen, gemischt mit so einer so ganz penetranten Close-Ups, die dich auf irgendwas ganz Bestimmtes im Frame gerade aufmerksam machen müssen. Und das klingt jetzt vielleicht total widersprüchlich, aber funktioniert im Film einwandfrei nicht zuletzt, weil es halt auch ein grandioses Editing ist. Er spielt auch viel in diesem Film mit Musik und auch mit mit Tönen innerhalb der Diegese und außerhalb. Es gab einige Momente, wo man sich im Kino umgeschaut hat und gedacht hat, ist jetzt tatsächlich, ohne zu viel wegzunehmen, der Feuermelder angegangen im Kino. Und das war ganz interessant, weil uns das irgendwie aus dem Film rausgebracht hat. Und dann dazu gibt es eben auch noch andere Aspekte in diesem Film, weil der Film so sich auch viel vom Theater wahrscheinlich abgeguckt hat. Es gibt viele Techniken, wo zum Beispiel ein einzelner Schauspieler plötzlich das ganze Licht abgedunkelt wird und nur auf ihn das Licht oder auf sie das Licht gerichtet wird. Und wir denken, okay, das ist jetzt eher so ein Stilmittel aus dem Theater, aber es funktioniert wunderbar. Und Damien Giselle weiß einfach, das Ganze auf der Leinwand zu verbinden und miteinander darzustellen. Und es gibt dann auch viele Momente, wo man denkt so, okay, ich sitze jetzt gerade hier im Theater und ich möchte gerne nach dem nächsten Stück, nach dem nächsten Musical-Nummer einfach klatschen. Und es gab viele Momente, wo ich im Kino da gesessen habe und mich umgeguckt habe. Ich habe gedacht, ich muss jetzt auch mit klatschen, weil mich das so mitgenommen hat, so berührt hat. Und weil mich auch einfach von diesem Film die Farben so sehr begeistert haben. Ich mag das, wenn Filme schöne Farben haben, wenn das so schön gesättigt ist. Und dieser Film hat einfach den Namen Farbfilm vollends verdient. Die Kleider, die Emma Stone trägt zum Beispiel, einfach immer verschiedene Farben. Und es wird einfach mit viel Bunt gespielt, was aber auch den Film unterstreicht. Und was vielleicht so ein bisschen im Gegensatz zu dieser etwas melancholischeren Stimmung, die trotzdem aber auch irgendwie interessant und spannend und lustig ist. Und es funktioniert einfach. Dieser Mix, Damon Giselle, macht es einfach. Er kombiniert einfach in diesem Film so viele verschiedene Dinge. Stilmittel bedient sich bei verschiedenen, ähm, bei Musik, bei, ähm, beim Theater und packt das in dieses wundervolle Abenteuer, in dieses La La Land. Ganz im Gegensatz zu Benni, muss ich sagen, jetzt auch vor allem nach dem zweiten Mal, äh, vor allem, ich, ich dämpfe es jetzt mal runter auf die ersten 20 Minuten, muss ich sagen, ist das für mich persönlich das euphorischste, beste und wie gesagt, wahrscheinlich auch am besten geschnittene und regiegeführte Stück Kino, dass ich wahrscheinlich, ich will jetzt, ich bin nicht immer der Fan von Megasuperlativen, aber dass ich vielleicht jemals im Lichtspielhaus sehen durfte. Noch weiter ausgedehnt würde ich sagen, dass die erste Stunde des Films so ein einziger farbenfroher Haufen Film ist, den ich einfach nur genossen hab und das war, das hat alles so eine perfekte Balance zwischen Musicalstück, zwischen nicht zu viel Exposition, die dann aber effektiv genutzt, zwischen Exposition und wir verpacken diese Exposition, auf die wir eigentlich gar keinen Bock haben, jetzt in ein Lied und wenn du das nicht mitkriegst, ist es auch egal, weil unsere Liebesgeschichte funktioniert auch eigentlich völlig ohne die Lieder und das ist auch was Geiles. Die Lieder funktionieren eigentlich für sich stehend mit den Bildern, die dazu sind und der Film und die ganzen Dialoge und das Filmische drumherum funktioniert eigentlich auch. Und da kommen wir zum einzigen minimalen, wirklich minimalen Kritikpunkt, den ich hab. Ich fand den Film mit seinen 128 Minuten vielleicht 10 Minuten zu lang und das hatte ich jetzt auch nach dem zweiten Mal, auch wenn ich nach dem zweiten Mal, wo ich dann mich eher drauf fokussieren konnte und wirklich auf die Uhr geguckt hab und gedacht, wann fängt genau das an, wo mich jetzt stört und ich kann das jetzt ganz spoilerfrei auch sagen, was mich gestört hat, damit jeder im Film rekapitulieren kann. Die ganze Storyline mit, kennt man den Musiker John Legend, der ist in dem Film und diese Storyline, die war nachvollziehbar, weil die kommen muss, weil sie halt zu einem konsequenten Endpunkt in der Geschichte sozusagen führt, von wo aus dann es weitergehen kann. Aber das braucht mir alles ein bisschen zu lang. Und die Geschichte, die eben mit John Legend und Ryan Goslings Charakter Sebastian erzählt wird, war für mich nicht interessant genug, als dass es mich jetzt diese 15 bis 20 Minuten, die es im Film einnimmt, rechtfertigen konnte. Trotzdem, und das ist halt das Problem, wenn vor deinen 128 Minuten im Film 90 absolut perfekt sind, dann fällt es eben auf, wenn 10 Minuten, 15 Minuten zwischendurch nicht ganz so perfekt sind. Der Film wird davon abgesehen von Emma Stone getragen und das muss man sagen, Emma Stones Leidenschaft, die wahrscheinlich auch Damien Giselles Leidenschaft für den Film ist, wird auch so ein bisschen in der Figur Mia verkörpert in diesem Film, ist eine Schauspielerin und Emma Stone spielt einfach fabelhaft. Es gibt in diesem Musical viele laute Momente, klar es gibt viele Songs, aber es sind vor allem auch diese kleinen leisen Momente, die Emma Stone einfach, in denen Emma Stone nicht nur zu überzeugen, sondern wirklich zu brillieren weiß. Wenn man in ihren großen Augen schon die Tränen sieht, dann bleibt es eben auch einem selbst oft nicht erspart, dass einem selbst die Augen feucht werden. Und Emma Stone macht das einfach fabelhaft, ich kann dazu nicht mehr sagen. Das ist einfach traumhaft, wie sie spielt und man merkt einfach dieser Witz, diesen Spaß, den sie am Set hat, diesen Spaß, den wahrscheinlich dieser ganze Dreh gemacht hat. Und dem gegenüber steht Ryan Gosling, der vielleicht schauspielerisch ein bisschen dahinter herhinkt, aber nichtsdestotrotz sich die komplette Seele an den Fingern, an den Tasten aus dem Leben spielt, weil er einfach, er hat tatsächlich für diesen Film Klavierspielen gelernt und er spielt diesen jazzigen, diesen bluesigen, diesen melancholischen Pianisten, der so nicht ganz genau weiß, der doch ganz genau weiß, was er eigentlich will, aber der auf alles so ein bisschen scheißt und dem seine Rolle in diesem Film halt auch einfach dieser coole Typ ist, der so ein bisschen zurückgelehnt ist und so ein bisschen, der auch mal so ein paar coole Sprüche reißen kann, der aber trotzdem halt eben auch so was persönlich wehmütiges, was wir alle in uns tragen, auch rüberbringen kann. Und das macht er einfach toll. Aber vor allem eben an der Seite von Emma Stone, die in diesem Film einfach unfassbar brilliert und unfassbar toll schauspielert. Das muss man natürlich auch noch sagen. Der Film ist ein Musical und der Film steht auch in der Tradition, der, das habe ich in ein paar Artikel gelesen, Lieblingsfilme von Regisseur Damien Chazelle. Das sind vor allem Musicals und alte Liebestramen aus den 40er und 50er Jahren. Vor allem sei da zu erwähnen Casablanca, Singing in the Rain, denn sie wissen nicht, was sie tun. Wird sogar eins zu eins zitiert und es werden wahrscheinlich auch noch 1500 andere Filme eins zu eins zitiert, auch wenn ich die nicht alle kenne und auch einfach nicht hier so viel gesehen habe, um das jetzt genau einordnen zu können. Die Sachen, die ich einordnen konnte, haben mir Freude gemacht. Und dazu kommt natürlich, das muss man vielleicht auch noch sagen, grandiose Darstellerleistungen. Ich fand Emma Stone hat alles weggeschauspielert, was in dem Film zu schauspielen war. Und vielleicht noch zu meinem Kritikpunkt. Ich setze das bewusst in Anführungsstrichen, weil es für mich eigentlich nicht so ein Kritikpunkt ist. Muss man einfach sagen, dass der Film so, wie er letztlich ist. Ich finde, ein Film ist zwar aufteilbar in viele verschiedene Sachen und so können wir jetzt auch vor allem bei La La Land über Musik, Schnitt und Schauspielleistung reden. Aber letztendlich ist ein Film immer das Produkt, was aus allen einzelnen Bestandteilen in genau diese 120 Minuten fließt. Und ich finde, als das muss man es letztlich auch bewerten und nicht sagen, hier Editing fand ich so und so gut und so. Es ist alles eins und der Film muss für sich in sich funktionieren. Und als das hat La La Land als diese Vision von Damien Chazelle zu 99,975 Prozent funktioniert. In diesem Musical gibt es natürlich auch verschiedene Musikstücke, die immer mal wieder angespielt werden. Es sind vor allem so um die vier Melodien, das könnte man so ungefähr sagen, die durch den ganzen Film sich immer wieder wiederholen. Aber das Interessante und auch das Schöne an diesen Melodien ist, dass sie nie langweilig werden. Es sind einfach wieder melancholische Melodien und vielleicht auch etwas traurige, aber umso schönere Melodien. Es hat einfach was total Nahes und man kann sich an diesen Melodien nicht satt hören, finde ich persönlich. Und das ist was total Tolles. Und da müsste ich auch wieder Ryan Gosling ganz, ganz positiv erwähnen. Denn ich finde dem seine Stimme, die trägt das alles so. Und ich freue mich, ich habe den Film jetzt im Deutschen gesehen, wobei man dazu sagen muss, dass die Lieder alle auf Englisch sind. Und das ist ganz schön, weil ich hatte da so ein bisschen Bedenken, ob das vielleicht funktioniert mit den Deutschen, ob dann eine Übersetzung ist, ein anderer Sänger eingesetzt wird. Aber es sind tatsächlich die Schauspieler selber, die singen und Ryan Gosling singt fabelhaft. Und es macht einfach, es macht so viel Spaß, da zuzuhören. Und eben diese Musikstücke, die sich so über den Film, man kann schon fast sagen, entwickeln und immer wieder so angespielt werden. Und da wird dann auch mit dem Hintergrund manchmal leicht gespielt. So wie so ein Gefühl, dass man dann so hat, ohne so ein unterbewusstes Gefühl, dass dann immer bewusster wird und das einfach schön auf der Leinwand funktioniert. Vor allem, weil du eben auch, und das muss ich noch erwähnen, über den ganzen Film hinweg immer wieder, ich will nicht sagen, Set Pieces, weil ich das schon wieder zu sehr mit irgendwelchen Action-Szenen verknüpfe, eigentlich nur so einzelne Szenen, Einzelmomente hast, die so unfassbar gut sind, dass ich das teilweise im Kino jetzt sogar beim zweiten Mal gar nicht fassen konnte, was da gerade gemacht wird. Das fängt schon direkt bei den ersten fünf Minuten an, geht danach weiter mit einer Party-Sequenz. Dann geht es weiter mit dem ersten richtigen Zusammentreffen von Ryan Gosling und Emma Stone. Das ist diese Szene, die man auf den Kinoplakaten immer sieht. Grandios ohne Ende. Und dann hat es so ein bisschen, ich würde auch sagen, der zweite Akt ist etwas mehr dialoglastiger und etwas weniger Musik, was mich fast schon ein bisschen enttäuscht hat, weil die Musik einfach so grandios ist, dass ich davon alle fünf Minuten hätte was hören wollen. Und, wo ich aber darauf hinaus will, die letzte halbe Stunde des Films, ohne Ende, geil, geil, geil. Vor allem, dann gibt es noch mal eine Einzelszene mit Emma Stone, die auch unfassbar gut ist. Und dann die letzten zehn Minuten des Films, sowas habe ich im Kino noch nie gesehen. Genau wie die erste Stunde des Films. Und das ist eben genau das, was ich sage. Die Narrative vier, beziehungsweise fünf Teilungen in diesem Film, ohne zu viel vorwegzunehmen, fand ich auch sehr interessant. Diese Metapher, die da über den ganzen Film etabliert wurde, das war auch was ganz Schönes, was diesen Film auch in einer Art Episoden geteilt hat, ohne dass es jetzt so gestückelt sich angefühlt hat, sondern es gab halt so, wie gesagt, und da komme ich wieder zu dem zurück, was ich am Anfang gesagt habe, es gab einen etwas schwächeren Start, aber dann eine umso charmantere und interessantere und lustigere Mitte und dann ein riesengroßes pompöses und faszinierendes Finale, das einfach wirklich die wenigsten Augen trocken lässt. Wahrscheinlich ich selbst hatte auch wirklich nasse Augen und es war einfach ein herrliches Finale. Das Schöne an diesem träumerischen Film ist aber vor allem, dass er dann am Schluss die Konsequenzen aus den ganzen Dingen zieht und nicht sich in irgendein Märchen verwandelt, dass das eben völlig realitätsfern ist. Nein, der Film bleibt am Ende real und das macht ihn vielleicht umso nachvollziehbar und noch umso stärker emotionaler für einen selber und als Zuschauer, weil der Film einfach so, weil die Geschichte, die so in diesem Film erzählt wird, eben auch so jederzeit passieren kann. Und das macht diesen Film, glaube ich, am Schluss umso stärker. Und je mehr ich drüber rede, merke ich einfach, wie sehr ich diesen Film mag und je mehr ich weiter über diesen Film sprechen will. Und auch wenn er, wie gesagt, etwas langsamer startet, dann diese tolle Mitte hat und dieses grandiose Finale, da kann man, das ist einfach zum Genießen. Das ist Kino zum Genießen und deshalb gebe ich dem Film eine verdiente, mehr als verdiente und ganz, ganz haarscharfe 9 von 10 mit der klaren Tendenz zu 10 von 10, mit einer ganz, ganz klaren Empfehlung. Jemand, der Kino liebt und der die Magie des Kinos liebt, der soll sich diesen Film einfach angucken. Der soll diesen Film nicht nur angucken, der soll diesen Film genießen, genauso wie ich das im Kino getan habe. Und ich kann euch den wirklich nur wärmstens ans Herz legen. Damien Giselle, ich hoffe, du hörst mich. Ich hoffe, du machst noch ein paar von den guten Filmen. Ich habe schon ein paar, ich habe schon was Neues gehört von deinen nächsten Projekten und ich habe Vertrauen in diesen Mann und das solltet ihr auch haben. Deswegen La La Land, 9 von 10. Ich habe den Film nur geliebt. Wenn ich jetzt so eine, ja, objektive Filmkritiker-Meinung oder sowas, wie, 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 nennst du ihr es wollt, an den Tag legen würde, dann würde ich vielleicht eine 9 von 10 geben, aber das ist mir scheißegal, weil irgendwann kann auch mal der emotionale Ich-lieb-diesen-Film-Marius durchkommen. Und der sagt einfach, fuck off, dieser Film funktioniert als der Film, der ist so unglaublich gut, dass ich nur die 10 von 10 geben kann. Und deswegen gebe ich auch 10 von 10. Schaut euch La La Land an und zwar nicht auf DVD oder auf kinox.to oder was weiß ich, wie die ganzen Seiten heißen, sondern am besten im Kino, weil dafür ist der Film gemacht. Falls ihr das nächste Mal denkt, ich gehe jetzt in Triple X 3 oder so, dann geht doch vielleicht doch lieber in La La Land, denn das wird sich lohnen. Das war's, bevor ich mich um Kopf und Kragen rede. Macht's gut und bis demnächst. Tschüss.